Servus und hallo aus dem Autoladen Dresden und herzlich willkommen zur Fahrzeugpräsentation dieses Ford Tourneo Customs. Wir haben hier 2, 4, 6, 8 Sitze mit verbaut und gerade jetzt in dem Augenblick kommt sogar noch die Sonne raus. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen für das schöne Auto. Da kommt nämlich der Lack besser zur Geltung, weil das ist der Grund, warum wir das Video machen. Heißt, dass ihr schon mal den ersten Eindruck habt, wie der so beieinander ist und ich denke an sich, dass man hier eine klare Kaufempfehlung für das Fahrzeug aussprechen kann. Ich habe mir jetzt vorher schon mal angeguckt, hier ist eigentlich nichts am Fahrzeug dran, was der Laufleistung nie entsprechen sollte. Bei Ford gibt es auch mal ganz viel Ausstattung fürs Geld. Wir haben das Navigationssystem, wir haben Multifunktionslenkrad mit Tempomat, die Ledersitze, Sitzheizung habe ich glaube ich schon erwähnt. Das ist ein 6-Gang-Schalter in dem Fall als Diesel und für Leute, die gerne oder viele Kinder transportieren, haben wir Schiebetüren links und rechts. Das heißt, hier knallt nichts auf dem Parkplatz dran. Was ich auch mal schön finde, sind diese Mittelarmlehnen. Fühlt man sich ein bisschen wie im Flugzeug. Hier hinten habt ihr das Isofix, da könnt ihr auch die Kindersitze befestigen. Man kann die Sitze auch alle einzeln rausnehmen. Also hier ist eine Sitzbank, aber die daneben gehen rauszunehmen, dass man zum Beispiel auch Fahrräder oder sowas daneben stellen könnte. Die Schiebefenster hinten finde ich ganz nett. Es ist wirklich ein schönes Auto für ein moderates Geld, finde ich, weil mit 70.000 Kilometern aus Baujahr 2017 hat man hier ein modernes Auto mit Anhängerkupplung. Die sieht hier oberflächlich ein bisschen rostig aus, weil sie draußen ist, aber die kriegt von uns noch ein bisschen Pflege. Kofferraum ist auch moderat groß. Wie gesagt, man kann die Sitze auch alle rausnehmen, da kann es hier einen halben Umzug fahren. Also von daher viel viel Platz für einen guten Preis. So an sich, die Trittbretter helfen an der Seite noch ein bisschen zum Ein- und Aussteigen. Der Kameramann filmt nicht schön Stahlfelgen, genau. Man sieht auf jeden Fall, dass die Reifen noch gut beieinander sind. Die Außenfarbe Grau macht sich bei so einem Bus, denke ich, ganz gut, weil Grau ist eigentlich so die unempfindlichste Farbe, die ihr sozusagen für ein Auto kaufen könnt. Bei einem schwarzen Auto fährst du aus der Waschanlage raus, zack, dreckig, kennt wahrscheinlich jeder. Und bei so einem grauen Auto, den wächst du vielleicht einmal im Monat und der sieht eigentlich immer relativ gepflegt aus. Sollten wir das Interesse geweckt haben, dann lasst es uns gern wissen. Wir sind, jetzt hätte ich fast gesagt, rund um die Uhr für euch da. Ne, sind wir nicht. Wir sind 9 bis 18 Uhr unter der Woche und am Wochenende 10 bis 14 Uhr. Ansonsten gern auch per Videotelefonie. Wer dem Kollegen hier mal unters Röckchen gucken will, nehmen wir es auch mal gern auf die Bühne per Videotelefonie. Da könnt ihr noch alle Fragen loswerden, was ihr wissen wollt, Richtung Fahrzeug in Zahlungnahme, Finanzierung oder auch Garantie zum Beispiel. Also alles, was ihr noch wissen wollt, könnt ihr da loswerden. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Ciao.